so ihr party people da bin ich wieder back in the hood bitches so sollen wir jetzt mal wieder hier aufmauten würde ich sagen aber das ist kein aufmauten wenn wir aufmauten ist es das wenn wir auf unserem streitrost durch die wege ziehen natürlich können wir auch auf meine schnellen blumenstrauß reiten oh ist der schön ist das herrlich ne schön oder ich habe keinen plan was wir jetzt genau machen müssen so die irgendwie okay nee das war falsch okay wo ist eine juwelenbesetzte schatulle aha nein das wollte ich doch gar nicht okay noch mal zurück ich hatte keine gesehen ich weiß das nicht das kommt von alleine juwelenbesetzte schatulle hier gibt's nix juwelenbesetztes hier ist nix wo ist der überzeuger hallo wir haben hier keinen überzeuger im inventar ja toll und jetzt äh ich guckle mal wie man freunde gewinnt äh okay ich sollte hier ganz nah an der quest eingeben hier gibt's tausend seiten wie man freunde findet oh scheiße ja okay ja ich äh rucksack muss eine kiste sein steht hier wo ist denn hier eine kiste hier ist keine kiste warte mal ich gebe die nochmal ab äh ich breche die nochmal ab wollte ich sagen ah da war sie ah das ist die kiste ja okay so die müssen wir ausrüsten oh die sehen ja total brutal aus das sieht aus als hätte da gerade ein schmied drauf rumgekloppt und die wurden noch nicht abgekühlt naja aah ich krieg die flasche nicht mit einer hand auf scheiße äh was bin moment ich muss nämlich schnuck nehmen ach ach ich dachte ehrlich hallo okay der wird uns nichts erzählen dann den scharloch und schützen vielleicht muss man einfach nur ein bisschen äh einfach drauf rumknoppen lassen bis sie irgendwas erzählt okay der wird da waren ja meine ganzen buffs drauf gut dann wirst du sterben wenn du da noch nie was von gehört hast entweder kill ich die zu schnell was ich natürlich nicht glaube wissen die irgendwas äh die was von was werden die geführt alter hallo ach die sind in Panik oh mi 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 nur weil ich ein Todesritter bin und ein Work hallo ihr Rassisten hallo ja ne so wo sind denn hier die Soldaten ein scharlochroter Prediger oh vielleicht weiß der was naja man der stirbt auch schon wieder das ist das Problem weil jeder Skill vergiftet die irgendwie äh ja und jetzt erzählt die mir mal was hallo Mädchen okay die wird uns nichts erzählen sag mal langsam ist doch mal hier gut oder leider geht doch ich würde jetzt auch gerne mal wissen dass der scharlochroter morgen ist die reden voll an uns vorbei also jetzt mal ganz ehrlich können die nicht richtig zuhören oder was ob es euch gefällt und nicht jo jo äh ich brauche noch mehr und ich habe keine Lust mehr auf die Quest bitches wir wollen die ganze Zeit aufmucken hier ne anstatt dass die uns einfach was erzählen und am Leben bleiben nö eben nicht habe ich gesagt oh scheiße gesundheit niedrig wo ist ah da huh ah da kamen mehrere ne scheiße fuck äh jo egal ich bin ja immer also kann ich die auch killen sag mal also so langsam blizzard was habt ihr euch mit der Quest gedacht das ist doch voll die kackfest denk doch mal an die let's player ey nö 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 n das übertragen wir mal auf den anderen hey level up gedankenfrost was ist das denn die gedanken des deals werden von werden von kälte geschlagen deswegen von zaubern wird unterbrochen sowie vier sekunden verhindert ah ja also so ein stun und blutpräsenz haben wir jetzt auch wo seid ihr bastarde aber internet steht dass man manchmal bis zu 40 viecher killen muss von daher also haben wir gut was zu tun naja also ist ja auch gut und spaßig vor allem übel skylon der wird es auch wieder nicht sagen manche hatten ein glück bei dieser quest wo es direkt beim zweiten mal war und wir müssen uns hier wieder bestimmt stundenlang damit rumschlagen bis wir hier überhaupt irgendwelche informationen kriegen okay das hat jetzt nichts wirklich gebracht hat und hat auch nichts aha okay dann stirbst du halt auch wieder sturköpfe reine sturköpfe schlimm ist hat vor allem laufen hier auch noch andere todes retournen herum die uns hier einfach unsere mobs stehlen und 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 ha nein scheiß oh man ich habe gedacht weil die so gestand war dass sie irgendwie anfängt zu labern aber dem ja war nicht so okay das weiß nicht auch zwei range zu holen aber okay der ist er noch hergekommen nach jahre ist das schön was für euch auch total spannend okay das wird sich sowieso keine angucken gerade ich habe ein riesen geliebt theoretisch kann ich mich jetzt so benehmen wie ich das möchte aber da das internet ja alles aufzeichnet werde ich das dann wohl doch nicht so tun boah ey da schreibe ich nachher erstmal ein beschwerdeticket dass diese quest mal anders machen sollen boah regt mich nicht auf ihr kach was ihr kach was so Untertitelung des ZDF, 2020